Luis, nicht schlafen, aufstehen! Mama, was ist denn? Hast du das Essen für heute auf Nacht schon gerichtet für ein Fest? Logisch, hab ich schon hergerichtet, alles fürchte, gell? Das hab ich jetzt komplett vergessen. Was tue ich denn jetzt? Ah, gut sei Dank, da hab ich gehört, dass es bei Neuenpreis die Feinkuschplatten gibt, gell? Das haben wir selber gemacht, ja. Gut, dass mir das hingefallen ist. Ha! Aspala, einen Wein brauch ich auch noch. Ah, was nehm ich denn da jetzt? Na, war schon ausgeheuert, da hab ich mich praktisch mal gut machen. So ist schon viel viel Auswahl. Ah, es gibt ja im Internet den Weinberater von Neuenpreis. Das geht ganz einfach, gell? Rotwein, kräftig, selbstverständlich, trocken. Ja, na, ich muss schon ein bisschen flüssig sein, gell? Matheleiner soll ich nehmen, perfekt. Und ein Ding hat er noch gesagt, im Fall. Grüß Gott. Guten Morgen. Ich hab noch eine Feinkuschplatte bestellt. Oh, steh schön. Danke schön. Vielen Dank, und alles Gute. Danke, die schaut gut aus. Da wird die Mama Gaudi haben. So schöne Platte. Leiburtz-Zeug. Ich wollte euch schauen. So, ein bisschen romantisch machen. Das ist schon schön und gut. So eine Feinkuschplatte, gell? Ja, da brauchst du selber noch nichts machen, gell. Ja, ideal natürlich, wenn du zu Sylvester oder zu Weihnachten so eine Feinkausplatte haben willst, Leute an einem Preis bestellen, gell. Und die, du halt so ein bissl genießen, bevor die Mama mit die Leute kommt, gell. Schöne Weihnachten, alles Gute. Wir lesen, die Kinder, die Leute kommen. Keiner, die Kinder, 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 die Kinder beißen und tragen.